Herzlich willkommen in KIKO Kinderland Hamburg. Der Weg zu uns nach Bramfeld lohnt sich. Wir haben den Durchblick. Wir haben sieben Gruppen mit 48 Krippenkindern und 75 Elementarkindern. Wir gebärden mit den Kleinsten. Auch arbeiten wir mit Kita Plus. Dies beinhaltet Sprachförderung. Wir arbeiten für euch. Meldet jetzt euer Kind auf kinderzentren.de an. Wir freuen uns sehr.